Ja, jawohl, ok. Zwei Mädchen und vier Jungen, ganz klein ist fünf Jahre, spielt im Kindergarten, dann kommen zwei andere Kinder, spielen in der Schule und macht viel Spaß, meine Kinder, ja. Und dann andere Mädchen spielen, studieren in der GTE-Fakultät Frankfurt, bei Offenbach gleich Frankfurt, in der gleichen Stadt. Und jetzt kommen spezielle Probleme, meine schwarzen Schaf, meine Sohn Ado, spielen Kickbox, trainieren in Offenbach-Markplatz, machen Gangstere, machen mit Rappen diese, immer diese 385, diese, ich sage, wer ist diese 385? Cedo, ab dich hin, immer ich höre Flex, wenn Flex, dann nimm Flex-Schneidermaschine und komm Baustelle, immer diese 385, Flex, Jeboté 385, Frank Sinatra, das ist Musiker, New York, New York, weißt du, diese New York ist Weltstadt, wie Sarajevo je wollte, heißt er? Ja, ja, ich liebe mich trinken. Aber das Problem mit Ado, er ist immer mit diesen ausländischen Kindern, mit türkischen Kindern und marokkanischen ganz vielen. Aber ich sage, meine Sohn, komm, Baustelle, Arbeit, Regipsplatte und Beton, immer viel Arbeit, meine Sohn, aber dieser kleine Penner, Arschloch, nichts hören, er kann auch nichts reden, muss schlagen, ja. Und letzte Kinder hat geheiratet mit Melanie, Melanie, deutsche Mädchen, jetzt hat Deutsche, fast, hat nichts mehr Interesse unserer Sprache, aber er ist eine Schwabe geworden, besser als andere Kinder, Gangster, wo ich schlagen muss, jeden Tag, okay, Leute, ich trinke noch einen Asbach und dann gehe Baustelle, Arbeit, scheiße, Ricken, immer kaputt machen, Heide, schöne Grüße, meine Leute, Armin, bis nächstes Mal, ja, Frankfurt offenbar, schöne Grüße, okay, Leute, viel Spaß, tschüss. Vielen Dank! Vielen Dank.